Auf der 10, ein paar Könige aus Sacramento, Bobby Jackson auf Gerald Wallace. Die 9, Orlando's Tracy McGrady, wo ein Wille da ein Weg. Auf der 8, Jermaine O'Neal, Indiana Pacers, not in my house. Die 7, Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves, er ist der Dank, dann geht es Mundstück fliegen. Auf der 6, Michael Jordan, Washington Wizards, jetzt ist er 39 und manchmal sieht er aus wie 29. Die 5, nochmals Tracy McGrady, wenn's zählt, ist T-Mac zur Stelle. Auf der 4, die Lakers, Rick Fox auf Shaquille O'Neal, so einfach geht das. Shaquille O'Neal, set up beautifully by Rick Fox.